servus leute was geht saib am start und willkommen zu einer neuen runde mit minecraft und zwar spielen wir hier wieder das projekt stranded mit dem fabian es geht so ich muss mal kurz noch das texture pack er noch das normale sie vorher hatten so noch noch den richtigen shader fällt mir darauf welchen moment butternuss lieb's mache ich glaube ich war das liebsten wir hatten oder war das magic mr meves sicher ja alles klar dann sind wir jetzt bereit ich mache mal kurz noch meinen timer hier an und zwar auf 14 so weiter geht's und zwar waren wir hier am hausbau dran aber das haus gefällt mir nicht deswegen reißt sich das jetzt einmal kurz ab aber oder ne gefällt mir nicht vorbei erstmal hier dieser scheiß dieser blöde baum kommt jetzt erstmal weg der hier weil er steht im weg hatten wir jetzt eigentlich schon eine dia spitzacke dann gehe ich jetzt eine dia spitzacke kraft und die obsidian kraft obsidian wollen kannst du machen dann haben wir ein tor in die hölle ja so von der größe her im haus ist es eigentlich ganz okay glaube ich gucken wir mal nach ja ja passt passt jetzt müssen wir hier rauskommen so passt das dann brauchen wir noch mehr holz und zwar hier mal für die verkleidung eigentlich aber ich bin am nachdenken erstmal machen wir das das standardhaus fertig danach können wir mal gucken wegen der verkleidung und zwar wollte ich das eigentlich verschönern aber das machen wir jetzt mal hinterher für den anfang machen wir das erstmal so dass wir hier das alles schön haben um da drin wohnen zu können komm ab du so scheiß hexe das laut dem ist die saue diese blöden blätter jetzt gehen die nicht weg weil dann verstanden ist egal wir gucken mal nach wo wir hier fenster hier passt das ich wollte schon eher größere fenster haben hier 3 hoch das wird ja schon so eine kleine halle mehr oder weniger also ist das nice jetzt brauchen wir noch eine treppe wie machen wir das wir machen wir wollen jetzt erst mal ein bisschen holz rüber jumpen ich glaube sie haben wir das normal 3 6 7 8 9 10 jetzt ist es nämlich verkack eiern was verkack eiern unter dem obsidian hier ist noch alles voll mit lava da muss ich jetzt wieder komplett hoch ja obsidian vor allem aber kein wasser mitnehmen ich glaube ich habe es noch ein bisschen gebraucht bei dir ich habe es noch ein sapling hin und holen wir jetzt hier noch was zu futter nach die behalten wir mal aber hier kommt noch ein baum hin 11 Holz, das reicht jetzt erstmal für den Anfang, wir haben ja noch nicht so viel Platz hier auf der Insel, um vernünftig Sachen anzupflanzen, also ich meine jetzt eine Farm zu bauen, Bäume anzupflanzen für genügend Holz. Wir müssen noch kurz hier noch in die Wohnung rein, ins Haus, da brauchen wir noch ein Crafting Table, der kommt mal hier hin, das kommt hier hin, Fleisch rein und abfahrten. Wir brauchen noch ein bisschen Sand für die Fenster, so, ah wir brauchen auch noch Zeug für die Treppe, das machen wir jetzt sofort. Toll, ganz wenig Eisen. Kann man nicht. Ich hab nichts gesagt. Und Treppenstufen, die müssen eigentlich reichen. So. Das hätte ich eigentlich jetzt lassen können. So. 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 kommt natürlich auch wieder ein fenster hin das war hier und dann machen wir so schön die blöcke hin sieht super aus hier müssen aber auch paar stufen hin das wollte ich noch im rand mit holz ich höre die ganze zeit hier in zombie und findet ihr nicht wahr das ist ein uav-hack reinmachen ja Ahhhh mann 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 so dann machen wir hier auch noch so ne so ne Art Geländer runter also hier die Umrandung und dann noch ein Geländer drauf und dann sollte das eigentlich super aussehen müssen wir noch gucken Ah wir wollten noch Sand holen können wir eigentlich sofort machen müssen wir eigentlich vielleicht sogar noch hier unten haben 10 Sand und aber wir brauchen mehr Sand wir brauchen ein bisschen mehr da mache ich hier noch das bisschen mit Es sind richtig krass viele Monster Ne habe ich vorhin schon gesehen Oh Obsidian Farm ist so schön ne Es gibt nichts Schöneres wie Obsidian zu fahren Ja geht ne Findest du nicht? Nö Ich finde das total toll Außer die Spitzhacke ist verzaubert Da macht das Spaß Naja die Scheiben sind ja Buggy Ja hast du ja immer noch Hast du nicht die Streifen drin? Ich habe eigentlich gedacht wir machen Fenster aus Zäunen Ja Muss ich aber erstmal genug Holz finden Beziehungsweise haben Aber in der Nacht kann man so toll farmen Weißt du da kommt man richtig weit voran Warte jetzt noch schnell Bevor die Spinne hier an Land kommt Bist du unten in der Höhle? Jaja Okay So So Töten wir die mal Locker easy und jetzt machen wir mal die Zäune rein Jetzt müssen wir mal gucken wie wir das passend hinbekommen So sieht das doch eigentlich ganz gut aus Ja so ist das gut Kann man schön raus gucken Passt Jetzt haben wir noch vier Zäune die können wir schon mal hier aufs Gelände machen Sonst gehen wir mal hier runter Jetzt haben wir zwölf Holz Aber das Okay wie machen wir den Eingang? Machen wir hier auch Holz Holzstufen nennen oder Machen wir Holzstufen nennen Holzstufen nennen Oder Slaps Oder Slaps Das Ja manche Das ist bisschen scheiße Machen wir hier vorher Zwei mal das hin Und dann das Das Ich geh jetzt gleich erstmal in die Hölle Quarz fahren Wozu? Wir haben noch gar keinen Verzauberungstisch Hä? Verzauberungstisch Ja aber brauchst du auch Obsidian führen ne? Drei Ja dann bei uns dreizehn rein Wollen wir wieder bisschen Holz Soll ich mal herkommen Und Bücher brauchen wir auch Ja ein Buch Haben wir nen Bogen? Weiß ich nicht Ich schwimm darum wie die letzten So Mache ich jetzt mal Höllenportal Aber am besten auf deiner Winsel Ja 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 Teil meins abgelaufen 15 Minuten sind jetzt durch Ich würde mal sagen Wir sehen uns dann im nächsten Part Ja Dieser Part war ein bisschen ruhiger Würde ich mal sagen Und ähm Ja bis zum nächsten Mal Haut rein Leute und Ciao Ciao